Hallo, ich dir und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni und unsere gute Elaine macht gerade ihre Hausaufgaben, denn, das ist sehr nötig, sie hat gerade, als sie angefangen hat, ihre Hausaufgaben zu machen, hat sie die Forschung-Debattieren-Fähigkeit erworben. Davor hat sie das nicht getan. Ich denke, das ist irgendwie mit einem Patch dazugekommen, dass das jetzt bei den Hausaufgaben passiert, weil, oder keine Ahnung, es kann auch einfach an dem Fach liegen, denn sie macht gerade Geschäftsethik. Ach so, Forschung-Debattieren, okay. Ich verstehe es jetzt, alles gut. Jetzt muss ich das allgemein hier dann... Ja, sie hat immer dienstags und donnerstags Vorlesungen. Hier müssen wir eine Abschlussarbeit einreichen. Hier steht, wenn ich hier drauf drücke, tragbaren Computer verwenden. Die Frage ist, ich bin mal gespannt, ob das dann auch ohne Tisch funktioniert. Ähm, ja, und sie geht auch morgen Abend zum ersten Mal an Arbeiten, weil wir brauchen das Geld sehr, sehr dringend. Viermal 33, äh, warte, das muss ich kurz rechnen. Ich bin leider nicht so gut in Mathe, aber das ist wichtig, weil wir brauchen noch ein paar Dinge in unserem Leben. Ähm, 132 verdient sie dann quasi am Tag. Das geht sogar. Wir müssen halt gucken, weil wir haben... Wir sind jetzt ja wieder in unsere Wohnung gezogen. Das Einzige, was wir haben, ist ein Spiegel. Ähm, das hier. Eine Dusche. Und, äh, ein Sofa. Jawollah. Damit lässt es sich auf jeden Fall leben. Wenn wir Glück haben, können wir hier auch so nach Postern suchen oder sowas. Ähm, ich weiß jetzt nicht... Weil bei manchen Sachen, da kann man das dann machen. Aber ich weiß nicht, wo es genau hier zur Stadt lang ging. Hier, irgendwo hatten wir doch ein Klo gefunden. Genau, hier ist der Dings. Und hier... Ist ein Poster. Cool, das können wir nehmen. Dann können wir das entweder aufhängen oder halt für Geld und so. Können wir daran... Weil irgendwo... Als ob Bella Goff hier einfach liegt. Und schläft. Gut. Ähm... Auf jeden Fall könnte man hier ein paar Sachen so finden. Und... Das ist auch definitiv nötig. Weil wir brauchen das Geld einfach. Weil, ähm... Ja. Wir brauchen das Geld. Wir sind jetzt wieder im Leben. Und, äh... Ja. Wir müssen das halt hier ein bisschen wieder klarkommen, ne? So. Das sollte jetzt aber passen erst mal. Sie macht das jetzt aber mal kurz zu Ende. Und dann gucken wir weiter. Ja. Jedenfalls. Wir haben zehn Simoleons. Das ist halt nicht so viel, ne? Also es wäre halt erst mal gut. Ich glaube, am wichtigsten ist erst mal... Ein Bett. Und, ähm... Dann... Ja. Müssen wir mal gucken, ne? So hat sie ihre Hausaufgaben abgeschlossen. Ja. Supi. Dann muss sie das andere noch machen. Das kriegen wir dann auch gleich noch hin. So. Und dann gucken wir mal. Was wir hier für kriegen. 200? Loy. 120. Okay. 20. Na gut. Aber immerhin. I mean. Die gibt nochmal 15. Und das sind nochmal 120. Das, ähm... Okay, da... Das hatten wir schon abgeholt. Supi. Dann können wir nochmal nach Hause gehen. Vielleicht können wir uns jetzt das schon direkt ein Bett leisten. Weil ich meine, auf Klo gehen können wir halt auch easy, ähm... hier in der Öffentlichkeit, ähm... Nur... Wir müssen gucken... Wir müssen gucken... Kann sie nach Hause gehen, einfach? Ähm... Wir müssen halt nur gucken, wegen Essen. Das machen wir dann am besten in Britechester, weil da kriegen wir ja dann Uni-Rabatt. Da müssen wir ja nichts zahlen. Und, ähm... Achso, hier oben wohnt sie. Okay. Ich dachte schon, hä? Ähm... Ja, aber Essen würde ich jetzt erstmal nicht machen. Ich würde jetzt erstmal einfach sie ein Nickerchen machen lassen. Ob wir warte, wie ich wollte, gucken, ob wir ein Bett uns kaufen können. Oder Lichter oder so. Können wir uns ein Bett leisten? Ist die Frage. Ähm... Ja. Können wir. Ich würde halt, glaube ich, so eins nehmen, weil Stress gemildert und Unbehagen gemildert ist halt schon gut. Dann... Ich will ja gerne Weißes haben. Dann nehmen wir das mit dem Pinken da. So, dann fangen wir halt erstmal langsam an. Dann muss sie auch nicht nur ein Nickerchen machen, sondern sie kann richtig schlafen gehen. Wenn ich das Bett anklicken könnte. So, und dann gehe ich schlafen. Hier Bett zuweisen. An Elaine. Supi, sie hat auf jeden Fall ein richtiges Bett. Das ist auf jeden Fall schon mal Anfang. Denn ohne Bett ist das immer so eine Sache. So, und dann hat sie zumindest schon mal... ...vieh, vier Sachen in ihrer Wohnung. Plus Präsentations-Dingsi. Juhu. Sie wird auf jeden Fall viel Zeit haben, also mehr Zeit haben, jetzt an Präsentationen und sowas zu arbeiten. So, Semesterbeginn. Dann gucken wir mal, ne? Also ich meine, wir haben ja eine Eins-Minus. Das ist ja schon sehr, sehr gut. Ähm... In zwei Stunden ist die Vorlesung. Was steht da? Ach, sie will jetzt direkt schon das andere machen. Das ist gut. Das wollte ich eh... Das hatte ich eh vor, dass sie daran jetzt arbeitet. Wenn sie jetzt noch nicht losläuft. So, Unterricht beginnt in einer Stunde. Solange kann sie noch daran arbeiten? Glückwunsch zu deinem neuen Job. Das ist genau das Richtige für dich. Ähm, ja. Naja, ne? Ist halt jetzt nicht unser Traumjob, aber... So. Dann hör auf, deine Hausaufgaben zu machen. Dann gehen wir zum Kurs. Sie geht einfach in dem Aufzug. Das kann man auf jeden Fall machen. Sollte man jetzt nicht unbedingt, aber... Äh... Jeden das sein, ne? Elaine besucht deine Vorlesung. Juhu. So. Solange die jetzt nicht Post für uns gebracht hat, ist alles okay. Weil wir können uns gerade nicht so viel leisten. Wir müssen heute Abend dann ja arbeiten. Und dann, äh... Das sieht ja schon wieder ein bisschen anders aus, ne? So, sie hatte richtig Hunger. Und sie muss auch auf Klo. Und duschen eigentlich. Aber duschen ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Deswegen reisen wir jetzt erstmal nach Britechester. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn... Wir müssen auf jeden Fall was essen. Ohne Essen ist nicht so gut. Ihre... Okay, das ist gut. Das hört sich gut an. Dann, ähm... Gehen wir... Gemeinschaftsräume. Müsste das sein, ne? Das ist Universitätsunterkunft. Ne. Gut, dann gehen wir erstmal alleine. Wir können ja immer noch jemanden einladen, falls wir dann doch Freunde suchen oder so. Aber... Ähm... Gerade will sie, glaube ich, eher alleine sein. Deswegen ist sie ja wieder in ihre eigene Wohnung gezogen. Ja. Genau. Gut, dann gucken wir mal. Immer dieses... Wenn dieser Sound kommt, dass es nicht direkt zu Ende geht. Hä? Aber ich will das ja auch immer noch alles umbauen und so. Aber das Ding ist, das ist halt immer so ein bisschen schwer. So, sie kann... Auf Klo gehen. Erstmal. Bis das hier... Ähm... Open ist. Ähm... Ich hoffe, dass hier gleich jemand kommt, der uns hier das zahlen möchte. Hier, Mizuki Sasaki. Oh mein Gott, sie ist schwanger! Ähm... Okay. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Wir fragen sie nach Entbindungstermin. Ähm... Ich will ja nichts sagen, aber... Wo steht... Ähm... Sie ist im dritten Schwangerschaftsdrittel. The fuck? Ja. Auf jeden Fall kommt hier immer diese Moira Fires hin. Interessant auf jeden Fall. Aber... Solange sie uns ihr Essen anbietet und wir das kostenlos kriegen können, ist das... Supi. Nein, ich möchte... Äh... Ich möchte hier... Gewürz hinzufügen, ein Glas Wasser nehmen. Gewürz hinzufügen? Was? Ja. Hör auf mit ihr zu reden. Du hast Hunger. Das ist erstmal wichtiger. Sie ist total selbstsicher. Das ist schön. Kann ich nicht einfach das bestellen? Hier Essen bestellen. Und dann... Äh... Ein Reisbohnen-Burrito. Oh lol. Okay. Das war nur so Joke-Stuff. Hm. Ja. Dann bestell mal. Überdienst. Jo. Lecker, lecker. Sieht sogar okay aus. Es ist halt nur Qualität normal, aber es ist halt... Studenten-Zeugs jene. Sie sieht nicht so zufrieden aus, aber... Ja. Dann isst mal. Oh, es ist heiß. Oh, nee. Zu scharf. Weil man manipuliertes Essen gegessen hat. Wieso? Oh, Mann. Das wusste ich doch nicht. Oh. Sie muss trotzdem noch ihre... Äh... Wer A sagt, ist, glaube ich, das Nächste, was uns noch fehlt. Genau. Das haben wir in drei Stunden schon. Ups. Wer ist sie denn? Ist sie auch schwanger? Warum sind denn alle hier schwanger, die hier zur Uni gehen? Was ist denn mit euch? Ich versuche nicht, schwanger zu werden in diesem Let's Play. Oder zumindest nicht, während sie noch zur Uni geht. Das stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor. So. Sie redet jetzt mit ihr anscheinend? Mit, ähm... Eißer. Okay. So, dann machen wir deine Hausaufgaben noch schnell. Level 2 von Debattieren. Das ist gut, weil wir brauchen das sowieso auch für unser Dingsi. Für unser Bestreben hier. Weil das wollen wir ja am liebsten haben, ne? So, Level 6 der Charisma-Fähigkeit schon. Das ist auch sehr gut, denke ich. Das werden wir ja auch auf jeden Fall brauchen für unseren Zweig, würde ich behaupten. Ja. Ähm... Gunta Munchi. Okay. In etwa einer Stunde. Aber sie sollte noch fertig werden mit ihrem Zeug, oder? Come on, so viel fehlt da doch nicht mehr. Mach es doch einfach fertig. Als wäre das doch schlimm. Er hofft, bei ihr zu reden. Mach deine Hausaufgaben zu Ende. Damit du dann losgehen kannst. Oh mein Gott, ey. Jetzt kommt sie zum Spiel, zum Kurs. Deswegen wird sie wahrscheinlich auch nochmal schlechter abschneiden. Hm. Kritisch. So. An den Kurs muss er aber nicht ausreichen. Vorbereitet heute, um mehr vom Unterricht profitieren zu können. Sie muss das Defizit jetzt eigenständig ausgleichen. Ja. Das kriegen wir schon hin. Ähm. Sie geht jetzt erstmal nach Hause. Weil. Nein! Halt, stopp. Du nimmst dein Fahrrad mit. Das sehe ich jetzt nicht ein. So, wir gehen einfach so nach Hause. Wenn die hier Fahrrad ja vergessen hätte, ey. Ne. Hätte ich jetzt nicht eingesehen. Ich will dieses Bild hier unten endlich so doll. Ehrlich gesagt. Aber naja. Wir sind vor allem in beiden Let's Plays hier gerade in Samashuno, ne? Krass, ey. Äh. Äh. Ladebildschirme. Die sich nicht bewegen, sind nicht so gut. Warum habe ich ein Rädchen? Das ist nicht so gut. Okay. Solange das Spiel nicht abstürzt, ist alles okay. Weil abstürzen ist nicht so gut. Falls ihr es noch nicht wusstet. Hahaha. Äh. Ich mag es nicht, wenn das Spiel abstürzt. Es wäre sehr unvorteilhaft, wenn das ihnen eine Aufnahme passiert. Ich möchte es hier nicht hinauf beschwören. Okay? Okay? Hm, 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 hm. Und dann macht sie jetzt erstmal Hausaufgaben und so. Und vielleicht, ähm, setzt sie sich schon mal, ähm, an eine Präsentation oder so. Dass sie daran schon mal übt. Genau so wie hier. Ähm, das hier. Dass sie da vielleicht schon mal anfängt zumindest. Dass das nicht wieder alles auf den letzten Drücker passiert. Dass sie mehr Zeit für sich haben kann und so. Auch zwischendurch mal. Deswegen wollte ich ja auch weniger Kurse haben. Ähm, so. Sie ist jetzt durch und kann jetzt auch schon direkt arbeiten gehen. Ich hoffe, dass ihr erster Arbeitstag ganz gut wird. Und, äh, wir freuen uns über das Geld. Tö. Ich weiß gar nicht, was ich mir dann als erstes leisten möchte. Ob ich mir zuerst eine Küche holen möchte. Oder erst, ähm, ein Klo. Tö. Ist halt so die Frage, ne? Also ein Tisch wäre halt auch gut. So, sie ist zu Hause. Ähm, damit kann ich mir eh noch nichts leisten, ehrlich gesagt, ne? So, ähm, sie möchte ein bisschen Spaß haben. Da sie auch noch nicht sehr müde ist, wäre es vielleicht auch sinnvoll, irgendwas zu tun. Nur das Ding ist, ist hier irgendwas. Kann ich schon neue Poster sammeln? Ja. Okay, das wird jetzt erstmal unsere Beschäftigung werden. Die ganzen Sachen hier einsammeln. Aber es muss halt leider sein. Ich meine, wir brauchen das Geld nun mal. Und, ähm, ja. Ist halt jetzt leider so, ne? Das Ding ist, ähm, ich frage mich, bringt ihr das hier Spaß? Weil dann kann sie ja einfach mal ein paar Würfe ausprobieren. Ein bisschen Sport machen. Kann ja nicht so schlecht sein, ne? Das bringt 65, das ist auch okay. So, das stimmt, das Fahrradfahren bringt ihr ja auch Spaß. Potenziell. Jetzt rennt sie da aber trotzdem hin, kein Problem. Ah. Eine weitere Schneekugel. Die aber auch nur 15 bringt. Aber egal, auch Kleinvieh macht Mist. 120 nochmal. Supi. Vielleicht können wir uns gleich schon einen Tisch leisten. Zumindest was Kleines. Weil wir müssen halt, ähm, ein bisschen darauf achten hier, dass das hier funktioniert, ne? Ich hoffe auch, dass dann, ähm, auch, also, aber eigentlich so spät sollten keine Vorlesungen starten, oder? Um 18 Uhr später. Beziehungsweise auch enden. Also hoffentlich, weil, ähm, ich möchte den Job ja dann eigentlich behalten. Was aber eventuell ja nicht so einfach wird. So. Was haben wir denn hier so Schönes drin? Vielleicht mal was Selteneres als Schneekugel. Äh, 15. Ist jetzt schon wieder Hunger. Oh mein Gott. Aber das Ding ist, ich kann jetzt, äh, ich möchte jetzt nicht nochmal da hinreisen. Heute 65. Naja, okay. Kann sie ja ein bisschen sich hier sportlich betätigen. Ähm. Ja. Ähm, und sie muss auch auf Klo. Deswegen muss sie eh hier bleiben. Toilette benutzen. Und wir könnten, also ein bisschen Geld haben wir jetzt ja. Oh, hier ist Julia. Wir können ja ihr Hi sagen. Und dann, sie ist immer überall. Ich schwöre. Und wir bestellen Essen. Oh mein Gott, das ist alles so teuer. Acht. Für ein Essen. Was ist mit ihm? Kann bei ihm Obst und Gemüse nur. Die Überlegenheit der Uni verhöhnen. Okay. Ähm, na gut. Wir kaufen das jetzt aber doch, weil, ganz ehrlich, ich seh jetzt nicht ein, dass wir jetzt nochmal zurück und so. Ne, muss ja nicht unbedingt sein. So. Let's go. Ich hoffe, das wird alles okay. Ich meine, es sind halt auch nur acht. Warte, der hat zu? Dein Ernst? Vielleicht braucht das Essen. Nein. Hier ist noch Essen. Kann sie die essen? Einfach? Ist jetzt nicht so lecker, aber... Das wäre jetzt zumindest besser als gar nichts. Warum hat der geschlossen? So. Nom, 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 nom. Nicht so hygienisch, aber hey. Sie geht auch einfach. Hey, das hat sogar mehr aufgefüllt, als ich dachte. So, dann, ähm... Möchte ich... Cool, sie hat jetzt auch das Rezept gelernt. Also kann sie das später selber kochen. Cool. Das gefällt mir. Wir müssen uns halt jetzt nur noch was leisten können dafür. Aber da müssen wir jetzt erstmal auch sparen. Dummerweise. Aber, wie gesagt, da können wir jetzt halt nicht so viel dagegen tun, ne? Nee. Ich bin mal gespannt, wie ihr Leben noch so ablaufen wird. Das wird schon ein bisschen komisch. Wir können mal gucken, ob die Böden überhaupt die günstigsten sind. Weil ich möchte hier... Okay, es kostet gleich viel. Aber, ähm... Ich wollte das einheitlich haben. Ich möchte mir jetzt erstmal Lampen kaufen. Weil ohne Lampen ist das echt ganz schön schrecklich. Ähm... Die sind alle ziemlich teuer, leider. Ich würde gerne Deckenlampen haben. Deckenlampen, die halbwegs was ausleuchten. Die sind okay, denke ich. Wie viel kosten die denn? 85 Pro Lampe. Wir nehmen die jetzt erstmal. So. Damit wir erstmal Lichter haben. Und dann... Äh... Automatisch Lichter, alle Lichter. So. Damit wir jetzt zumindest mal was sehen können. Diesen Bug mit dem Schlafen gehen habe ich zur Zeit richtig oft. Weil sie sich dann erstmal nur da hinlegen. So. Obwohl diese Option entspannen doch... Die gibt es doch gar nicht mehr, oder? Also... Gab es die nicht eigentlich nur in Sims 3? Weil ich glaube, man kann das hier nicht mehr so. Dieses... Einfach nur entspannen. Oder? Bin ich doof? Das serviert mich auf jeden Fall sehr. Aber... Ähm... Ja. Passiert auf jeden Fall, ne? Gut. Ähm... Ich denke, ihr geht es glaube ich gerade sogar ganz okay. Sie hat halt wieder Hunger. Aber... Äh... Ja. Das ist wie sie tun, ne? Sie kann... Jetzt erstmal wieder... In ihren Sachen arbeiten. Und das macht sie auch von sich aus schon. Das ist auf jeden Fall... Ähm... Ja. Kann man nichts gegen sagen, ne? Also da... Sie ist... Gut dabei, was sowas angeht hier. Ich habe gar nicht geguckt, ähm... Ob die Wände auch... Okay, die Wände sehen alle sowieso gleich aus. Ich glaube, das sind sogar die günstigsten. Ne. Das wollte ich nicht. So. Da bin ich wieder. Hallo. Es ist doch gut. So. Ich würde sagen, ich beende dann hier jetzt auch den Part. Wir sehen uns das nächste Mal bei Sims 4 in die Uni, bei einem anderen Video oder was auch immer. Bis dahin und... Tschüss. Tschüss. sternint Global